Hallo und wie immer herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidtspiele. Heute stelle ich euch das Würfelspiel Doppel X vor. Ein Spiel, bei dem ein Würfelwurf geradezu wirklich zu nehmen ist und ihr euer Fingerspitzengefühl und eure Kaltschnäuzigkeit unter Beweis stellen könnt. Aber kommen wir wie immer als erstes zum Spielaufbau. Nehmt die Punktechips aus dem Spielkarton und legt diese für jeden gut erreichbar bereit. Dann wählt jeder Spieler eine Farbe und nimmt sich den Würfel in dieser Farbe. Den weißen Würfel könnt ihr dabei nicht nehmen, legt den einfach allgemein für das Spiel bereit. Alle übrigen Würfel könnt ihr dann beiseite räumen, die benötigt ihr für das Spiel nicht. Dann könnt ihr den Spielplan vorbereiten, dazu benötigt ihr den Unterboden und den Einsatz. Wählt dann einfach einen dieser vier Spielpläne und legt diesen in die Spielschachtel auf den Einsatz. Für das erste Spiel nehmt ihr am besten diesen Spielplan. Die anderen Pläne könnt ihr erstmal beiseite legen. Nehmt dann die Wettfelder, dabei könnt ihr wählen, welche Seite dieser Felder ihr nutzt, und steckt diese mit Hilfe der Eckstecker auf die Ecken der Spielschachtel. Für das erste Spiel empfehlen wir euch die Felder A, B, C und D. Diesen Spinner benötigt ihr für das erste Spiel nicht und könnt ihn deshalb erstmal beiseite legen. Dann kann es auch schon losgehen, indem jeder Spieler seinen Würfel in die Hand nimmt und schon mal seine Handgelenke lockert. Ziel des Spiels ist es, bei drei bis fünf Spielern 50 Punkte Chips zu erspielen und bei sechs bis acht Spielern 70 Punkte Chips. Aber wie bekommt ihr Punkte? Ganz einfach, indem ihr abwechselnd eure Würfel auf den Spielplan werft und nach einem Wurf jeder Würfel auf dem Spielplan gewertet wird. Am Anfang der Partie nehmen alle Spieler dazu ihren Würfel in die Hand und dann werfen alle Spieler gleichzeitig die Würfel auf den Spielplan. Dabei gibt es auch nur eine Regel zu beachten, nämlich, dass ihr beim Wurf nicht über den Schachtelrand drüber greifen dürft. Fällt ein Würfel dabei in ein Loch oder über den Spielplan hinaus, dann nimmt der Spieler seinen Würfel einfach wieder zurück und alle anderen Spieler bekommen jetzt Punkte. Schaut dazu einfach, wo eure Würfel jetzt auf dem Spielplan liegen geblieben sind. Der grüne und der rote Würfel sind beide in diesem Mal-eins-Bereich liegen geblieben. Also bekommen die Spieler jetzt ihre erwürfelte Augenzahl einfach ausgezahlt. Der grüne Spieler bekommt drei Punkte und der rote zwei Punkte. Ich bekomme mit meinem Würfel auch drei Punkte, da mein Würfel auf diesem Mal-drei-Bereich liegen geblieben ist. Dabei genügt es schon, wenn er diesen Bereich berührt, indem ihr von oben senkrecht auf den Würfel drauf schaut. Ich bekomme jetzt also auch drei Punkte. Und dann geht das Spiel erst richtig los, denn jetzt beginnt der jüngste Spieler und dann sind alle Spieler abwechselnd an der Reihe. Wer am Zug ist, nimmt seinen Würfel, egal wo dieser liegt, und den weißen Würfel zusätzlich dazu und wirft beide gleichzeitig auf den Spielplan. Dabei versucht ihr natürlich, die Würfel der anderen Spieler wegzuschubsen und eure Würfel so günstig wie möglich zu platzieren. Aber achtet immer auf die wichtige Regel, nicht über den Rand der Spielschachtel greifen. Nach dem Würfelwurf des aktiven Spielers bekommt dann jeder Spieler, der jetzt noch seinen Würfel auf dem Spielplan liegen hat, Punkte. Und der aktive Spieler bekommt die Punkte des weißen Würfels noch zusätzlich dazu. Aber Achtung, zeigt ein Würfel ein X, dann gibt es dafür keine Punkte, denn bei X gibt es nichts. Sind nach einem Würfelwurf allerdings zwei oder mehr X auf dem Spielplan zu sehen, egal wo diese liegen, dann gibt es für alle anderen leider keine Punkte und nur für die Spieler, die ein X auf ihrem Würfel auf dem Spielplan liegen haben, zehn Punkte. Denn wie der Titel des Spiels es schon verrät, Doppel-X und alle anderen kriegen nichts. In unserem Beispiel heißt das, grün und rot bekommen leider keine Punkte, da ich zwei X gewürfelt habe. Ich erhalte zehn Punkte. Nachdem jeder seine Punkte erhalten hat, werden dann diese Würfel mit dem X vom Spielplan genommen. Alle anderen bleiben liegen und können auch in der nächsten Runde wieder punkten. Aber auch die Spieler, die ihren Würfel nicht auf dem Spielplan haben, haben die Möglichkeit, im Spiel Punkte zu machen. Denn bevor der nächste aktive Spieler an der Reihe ist und seine Würfel wirft, darf jeder Spieler, der seinen Würfel nicht auf dem Spielplan liegen hat, diesen auf eines dieser vier Wetteckfelder einsetzen und damit wetten, was mit den Würfeln des aktiven Spielers passieren wird. Die Bedeutung der Wettfelder ist dabei von Feld zu Feld unterschiedlich. Ich bekomme hier zum Beispiel nach dem Würfelwurf zwei Punkte, wenn einer der Würfel des aktiven Spielers in einem Loch landet. Die Bedeutung der einzelnen Wettfelder findet ihr auf der letzten Seite der Spielanleitung, aber diese sind eigentlich auch ganz einfach zu verstehen. So bekomme ich hier zum Beispiel drei Punkte, wenn einer der Würfel des aktiven Spielers auf einem mal zwei Feld landet oder hier zum Beispiel vier Punkte, wenn einer dieser Würfel auf einem mal drei Feld landet. Und bevor der nächste aktive Spieler seine Würfel wirft, dürft ihr eure Wetten auch wieder neu platzieren. Ihr könnt also nicht nur punkten, indem ihr eure Würfel geschickt werft und dabei vielleicht die anderen wegschubst, auch wenn sie euch dafür die Levitin lesen werden, sondern ihr könnt auch punkten, indem ihr die anderen Spieler eben richtig einschätzt und dann auf sie wettet. Wenn ihr nach der ersten Spielpartie dann das Spiel noch etwas spannender gestalten wollt, dann probiert doch einfach mal die anderen Spielpläne aus, denn dadurch habt ihr eine andere Verteilung der einzelnen mal eins, mal zwei und mal drei Felder und es gibt auch noch Bereiche, wofür ihr zum Beispiel keine Punkte bekommt. Oder es kann sogar sein, dass ihr bei dem anderen Spielplan dann sogar Punkte abgeben müsst, wenn ihr auf einem bestimmten Bereich liegen bleibt. Mit diesem Spielplan könnt ihr dann auch gern den Spinner einsetzen, den ihr einfach hier in der Mitte einfügt und der es dann für euch spannender gestalten wird, die Würfel zu werfen. Doppel-X, der spannende Würfelspaß für die gesamte Familie, bei dem es immer hoch hergeht und jeder Spieler das ganze Spiel über mit eingebunden ist. Für drei bis acht Spieler ab acht Jahren, also massiert schon mal eure Schultern, lockert eure Handgelenke und poliert eure Würfel. Viel Spaß beim Zocken, bis zum nächsten Mal, euer Björn. Vielen Dank. Vielen Dank.